Ja, moin Leute, servus und herzliches Willkommen zu einem neuen Sportwetten-Video. Heute soll es um Sportwetten für den Morgen Samstag gehen, welche ich dir in diesem Video zeigen möchte. Und ich habe in diesem Fall wirklich sieben Wetten gefunden, die aus meiner Sicht sehr, sehr lukrativ erscheinen. Das sind die sieben besten Spiele europaweit, welche ich gefunden habe in der Kürze. Deswegen werfen wir gerne natürlich einen Blick drauf. Ansonsten natürlich schauen wir zurück auf die Europa League und auf die Champions League. Dort geht es vor allem um Sturm Graz gegen Monaco. Das war unser Main-Tipp am gestrigen Tag. Das Ganze ging leider schief. Das Ganze ging 1-zu-1 aus. Sehr, sehr enttäuschend natürlich von AS Monaco. Dann hatten wir natürlich noch die Champions League. St. Petersburg gegen Chelsea und BVB gegen Besiktas Isomol mit 28 Stimmen. War dies der meist abgeworfenste Post von insgesamt 54 Teilnehmern. Danke an jeden Einzelnen, der sich dort Zeit genommen hat. Das Ganze war ein Trauerspiel, denn erst mal ging sie sehr, sehr früh in Führung mit 1-0. Dann hat St. Petersburg das Ding zu 2-zu-1 gedreht. Dann hat Chelsea das Ding zu 3-zu-2 gedreht. Um in der 94. Minute dann noch das 3-zu-3 zu bekommen. Sehr, sehr unglücklich das Ganze. Wie sieht es jetzt statistisch gesehen aus? Du siehst, seit ungefähr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spielen, machen wir das Ganze mit den Abstimmungen bzw. neuen Spielen. Seitdem kam ein Gewinn von 1,29 Euro raus. Natürlich haben die letzten zwei Tipps ordentlich reingefegt mit einem Verlust von minus 55 Euro. Es wird normalerweise immer der Main-Tipp angespielt. In diesem Video wird es zwei Tipps geben. Also die ersten zwei Spiele mit den meisten Stimmen werden ausgewählt. Und da beginnen wir einfach mal mit Manchester United gegen Norwich. Das Ding ist so ein Ding. Das Ding ist so ein Ding. Das Ding ist ein Spiel zum Verdoppeln. Und zwar ist dies aus meiner Sicht eine Möglichkeit, um daraus eine Zweierkombie zu machen. Denn die Quote ist natürlich sehr, sehr gering. Um es mit einem höheren Einsatz anzuspielen, lohnt sich das Risiko aus meiner Sicht nicht. Ralf Rangel gibt sein Debüt gegen Norwich. Das macht die Mannschaft natürlich ein bisschen weniger ausrechenbar, als es davor ganz klar der Fall war. Und dem letzten Trainer... Mir fällt der Name nicht mehr ein. Aber sei es drum auf jeden Fall. Manchester United muss natürlich mit den Ansprüchen, welches sie haben, auf jeden Fall mehr als Platz 6 erreichen. Es spielt im Endeffekt Timo Pucki, wie du dort sehen kannst, gegen Cristiano Ronaldo. Also klar, gerade technisch brauchen wir uns da nicht groß drüber unterhalten. Norwich letzter 10 Punkte mit zwei Siegen aus 15 Spielen. Das wird ein Hop- oder Top-Spiel-Sieg für Manchester United. In dem Fall weiter geht es in die Super League. Für alle, die die Super League verfolgen, gerne eure Meinung zu dem Spiel in die Kommentare. Ich glaube, das ist der eine oder andere, und zwar Antalya Sport gegen Trapsom Sport. Du siehst, Antalya Sport hat sich zuletzt gar nicht so schlecht performantisch gehalten. Du siehst, zuletzt gab es auch einen Pokalsieg. Da sind sie eine Runde weiter. Aber alles in allem steht der 15. Tabellengang zu Buche. Und ein Problem, welches sich schon in der letzten Saison abgespiegelt hat oder gezeigt hat, war, dass sie auch eine relativ schwache Offensive hatten. Das spiegelt sich in dieser Saison wieder. Nur 18 Tore in 15 Spielen, das ist schon relativ dürftig. Du siehst, Trapsom Sport vielleicht ein bisschen überraschend auf Platz 1. Aber auf jeden Fall 39 Punkte. Sie haben noch kein Spiel verloren. Ich glaube, das wird ein Hop- oder Top-Spiel ebenfalls. Deswegen der Direktsieg für Trapsom Sport. Schauen wir weiter, und zwar der TSV Havelse gegen Waldhof Mannheim. Dort auch der Direktsieg für Waldhof Mannheim. Klare Geschichte, Mannheim will in die zweite Liga. Was sehr, sehr interessant wäre, Havelse natürlich aus der Regionalliga aufgestiegen. Haben nicht die finanziellen Mittel, brauchen wir uns gar nicht darüber unterhalten. Ganz klare Geschichte. Haben in letzter drei Siege, drei Unentschieden aus 18 Spielen, 12 Punkte. Dritte Liga ist knapp, aber ich glaube schon, Mannheim wird das Ding regeln. Schauen wir weiter, und zwar, was habe ich noch so dabei? Und zwar der BVB gegen Bochum. Auch Direktsieg für den BVB. Brauchen wir gar nicht uns lang darüber unterhalten. Klar, Bochum Platz 10. Jetzt nicht so schlecht, aber alles im Alpen reicht dies aus meiner Sicht nicht aus, um gegen Dortmund etwas zu holen. Dann geht es weiter in die zweite Serie B, also in die zweite italienische Liga. Und zwar zu Brescia gegen Spal. Dort geht es auf das Asiatische Handicap. Wir werden uns das statistisch kurz mal anschauen. Und zwar, Brescia kämpft um den Aufstieg. Filippo Inzaghi ist tatsächlich auch der Trainer. Sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall Platz 3 gegen Platz 14. Zehn Punkte Abstand nur. Muss dazu gesagt werden, da liegen jetzt nicht so die Welten dazwischen. Deswegen die Absicherung. Sehr, sehr enge Liga. Spal zuletzt gegen Crotone gewonnen. Gegen Lecci dann verloren. Gegen Frosenza gewonnen. Gegen Alessandria dann wieder verloren. Dann mal ein Punkt geholt. Das ist sehr, sehr ausgeglichen, wie du sehen kannst. Aber alles, was man glaube schon Brescia wird, um den Aufstieg mitspielen. Wir werden das Spiel nicht verlieren. Weiter geht es. Und zwar zu Auxer gegen, ja, da sparen wir uns den Namen des Teams. Und dort würde ich auf den Direktsieg von Auxer gehen. Wir schauen uns das Ganze natürlich ebenfalls noch an. Und dann siehst du, dass die Performance zu wünschen übrig lässt bei der Heimannschaft. Bei Auxer passt das Ganze. Wir haben den Tabellenvierten gegen den Tabellenneunzehnten. Deswegen ganz kurz und knapp der Sieg für Auxer. Und dann gehen wir noch weiter. Was habe ich noch für dich mitgebracht? Und zwar St. Pauli habe ich noch. Das wird schon nicht mehr angezeigt, weil wir heute so viele Spiele haben. Und zwar gegen Fortuna Düsseldorf. Auch dort, glaube ich, wird es ein Hop- oder Top-Spiel. Ich glaube, in Richtung St. Pauli. Ich habe St. Pauli zuletzt gegen Nürnberg erst live gesehen. Am 15. Bundesligaspieltag. Ja, war ein enges Spiel. Hätte auch andersrum laufen können. St. Pauli deutlich effizient ist. Sie haben einfach einen Top-Sturm. Sie haben einen guten Lauf. Hat sich in der letzten Saison schon angekündigt. Ja, ganz klar. Und das setzt sich so ein bisschen fort. Und das wären die sieben Tipps. Wie würde ich das Ganze anspielen? Also beginnen wir erstmal hier. Ich kann die Super League nicht so ganz einschätzen. Statistisch gesehen würde ich klar sagen, okay. Trapsom-Sport macht das Ding. Mannheim würde ich mit Manchester United mit jeweils 20 Euro kombinieren. Das machen wir am Ende. Dann würden wir die Quote sehen. Dortmund würde ich 30 Euro draufsetzen. Ich glaube nicht, dass sie dieses Spiel verlieren werden. Man kann es auch mit Manchester United kombinieren. Wie gesagt, das schauen wir dann am Ende. Brescia würde ich maximal 10 Euro draufsetzen. Sehr, sehr enge Liga. Kann alles passieren. Oxerre würde ich 15 Euro setzen. Da haben für mich eine bessere Performance aus als Oxerre. Und die zweite Liga kann auch sehr, sehr eng sein. Deswegen auch nur 15 Euro drauf. Dann schauen wir uns jetzt mal die Kombi-Wetten an. Die möglichen. Und zwar kicken wir mal diese Spiele raus. Dreier-Kombi würde ich jetzt nicht empfehlen. Ich würde tatsächlich vielleicht auf Manchester United und Borussia Dortmund 30 Euro setzen. Das ist eine 2,17-Quote, welche wir dort wiederfinden. Und das wäre so der achte Tipp in dem Fall, den wir dort, ähm, ne, wir nehmen es als siebten Tipp, den wir dort aufführen werden. Und das sind dann alle Spiele, die du in der Videobeschreibung finden wirst. Zur Abstimmung. Gerne abstimmen. Umso mehr, umso besser. Umso mehr Expertisen. Umso besser, umso mehr Meinungen. So gesehen. Und, ähm, ja. Das wäre es eigentlich mit dem Video gewesen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Kurz, kompakt, zügig und knackig. Gerne einen Daumen nach oben. Dann lass uns gerne kommentieren. Gerne abonnieren. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und ich kann nur noch sagen, hau rein und ciao.